Ihr mögt vielleicht keine Kokosnuss, oder Raffaello, oder Bounty, oder Coco Chanel, aber diese Coco, Coco Bandicoot, werdet ihr lieben! Seht live Coco Bandicoot bei uns im Livestream. Wie sie rennt, wie sie springt, wie sie sich dreht, wie ihr Bruder crasht. Und das alles könnt ihr bei uns sehen. Ab 30.06.2017 täglich ab 20 Uhr der Livestream zur Crash Bandicoot Insane Trilogy auf 3Z Gaming Channel.